so ich möchte hier mal zu folgendem thema kommen und zwar funktion eines radios und zf überlisten weil ich leute gesehen habe oder immer wieder in vorn gelesen habe dass es die idee ist wie man quasi ein radio jammen kann also ein radio stören kann oder sein eigenes programm in den vordergrund drücken kann um das zu verstehen was ich in dem video zeigen will habe ich mal einen teil eines radios aufgezeichnet wird es normalerweise noch mit weiteren kästchen weitergehen aber ich habe nur den für uns relevanten herr aufgezeichnet der zum wesentlichen aus den klammern einem tuner besteht der aus drei einzelkomponenten besteht und dann dem zf teil dem zf filter das kann ein filter sein ein verstärker wir sagen jetzt einfach mal den zf teil ein tuner wie zum beispiel der den es bei einem gewissen elektronik versandhändler sehr günstig gibt und nicht eine kaufe empfehlung aussprechen kann allein schon aufgrund des bauteilwerts macht folgendes er wandelt die frequenz für die frequenz händen die mehrzahl die frequenzen von uns im ukw sender die wir auswählen in ein 10 7 megahertz signal für ukw oder ein 455 kHz signal für mittelwelle um wenn wir also jetzt unseren tuner haben und wir drehen hier am einstellrad und suchen uns einen schönen sender aus der musik bringt die uns interessiert dann machen wir folgendes wir verstellen die frequenz vom lokal oszillator und der lokal oszillator macht zusammen mit der frequenz von unserem radiosender im mixer folgendes er mischt sich und das ergebnis ist 10,7 megahertz klingt nach viel ich erkläre es euch gleich ganz einfach ich habe hier einen 50 nanowatt ukw sender der jetzt hier verkehrt rumliegt aber ihr seht schon wir sind hier auf 100 megahertz und ich habe hier so ein retro radio mache ich mal ein bisschen lauter der schon darauf eingestellt also ich sende es auf 100 megahertz ukw und man hört es so was aber der radio macht er macht jetzt ein signal und zwar ein signal auf 10,7 megahertz er setzt die 100 megahertz die über die antenne reinkommen auf 10,7 megahertz für sich intern um wenn ich jetzt den teuren kommunikations empfänger nehme und den mit der antenne an den rücken von dem radio lege und den einschalte dann hören wir hier unseren ukw sender oder mein ukw sender wenn ich das radio ausmache ist sie natürlich weg wenn ich das radio anmache ist sie wieder da so was passiert ist wenn ich eine andere station wähle jetzt wähle ich mal eine andere station jetzt sage ich ah ja gut die ums umsmucke ist ja ganz nett aber ich würde es gerne mich über nachrichten informieren also wähle ich mal die news station bayern 5 aktuell ist das bei uns nationale alleingänge das ist multilateral gut wir haben jetzt hier also die ansprache zu hören und wenn ich jetzt wieder meinen empfänger einschalte dann hören wir dass es wieder auf 10,7 megahertz ich stelle es noch ein bisschen besser ein also es wird auf 10,7 runter gesetzt ja gut das hängt mit der position ab jetzt habe ich eine schlechte position aber ihr seht schon es geht er setzt mir das um auf eine frequenz und zwar auf 10,7 und diese 10,7 machen folgendes die empfängt der radio jetzt intern also der radio nimmt eine ukw frequenz zum beispiel erst hier unseren 100 megahertz ukw sender 100 megahertz und setzt diese frequenz quasi um auf 10,7 ob ich jetzt 100 megahertz einstelle oder 105,7 ist scheißegal entschuldigung ist mir zu rausgerutscht aber es ist egal und diese frequenz die ich hier einstelle von unserer station wird immer auf 10,7 megahertz umgesetzt egal was ihr macht die wird immer auf diese frequenz umgesetzt so und jetzt kommen die schlauen leute daher und sagen hey ich kann doch einfach hergehen und einen sender bauen der gleich auf 10,7 megahertz händet dann spare ich mir das und theoretisch es ist egal was das der was der da einstellt es sind immer 10,7 megahertz das ist egal und dadurch hört man nur das was ich will dass die person hört jetzt nehme ich mal einen anderen radio aber vielleicht ist das ja nur bei dem so jetzt habe ich hier so einen tollen taschen radio ja der ziemlich gut ist mache ich mal kurz hier an der ist übrigens auch ziemlich teuer der taschen radio und eigentlich müsste es der ukw sender angehen tut er auch und wir hören wieder auf 100 megahertz die musik das mache ich hier mal den empfänger an positioniere mal den radio ein bisschen aha seht ihr wenn ich den radio ausschalte da kommen die an ja mit einer hand ist das immer so eine sache also seht schon der radio setzt auch wie der andere radio das signal auf diese 10,7 megahertz um und jetzt zeige ich noch mal kurz einen ausflug in die technik seite jetzt mache ich hier mal 110,7 das ist jetzt die frequenz von dem lokal oszillator das heißt der lokal oszillator den ihr verstellen könnt wenn ihr den verstellt dann könnt ihr auswählen welche station ihr hört schwingt jetzt auf 110,7 denn 100 plus 10,7 ist 110,7 wenn ich das jetzt hier verstellen mal als beispiel dann verstelle ich auch die frequenz aber ihr seht schon wenn ich den auf 100 megahertz habe dann habe ich diese zf und was dieses ganze gebilde hier macht ist es nimmt irgendeine station aus dem äther die ihr hören wollt es kann es die nachrichtenstation sein es kann es der eigene fm transmitter sein oder irgendeine andere station der mixer mischt mit dem signal von lo das ihr hier seht und dem signal von der antenne immer runter auf 10,7 also senden wir mal auf 10,7 und schauen was passiert mache ich gleich erwähne aber davor noch kurz ein paar sachen nämlich heutige radios moderne radios die ihr heute im autoradio habt oder in eurem smartphone nutzen einen sogenannten dsp prozessor digitaler signal prozessor und das sind auch radios die sehr aufwendig und komplex sind und nicht mehr nach diesem prinzip funktionieren vielleicht haben sie auch sowas wie eine zf da kenne ich mich nicht genau aus ich kann euch nur sicher sagen dass die nicht auf 10,7 mega zf sendet das interessiert die gar nicht da wird gar nichts passieren da wird es keine störungen geben da wird es keine überlagerung geben sondern es interessiert die nicht dann gibt es noch eine andere kategorie und das sind diese billigen radios die billigen radios hier hier haben wir jetzt wieder die nachrichtenstation nutzen einen chip der dem tda 7000 den vielleicht manche kennen ähnlich ist der tda 7000 ist so ein deal chip oder auch aus smd version verfügbar mit dem man einen einfachen radio aufbauen kann der alles mitbringt allerdings hat er eine andere zf und das zeige ich euch jetzt mal ganz einfach ich stelle jetzt meinen empfänger hier wieder auf 10,7 schaue mal 10,7 so dann lege ich die radio hier hin und gehe mal hier nichts gar nichts wenn ich jetzt den LO checken würde den lokaloszillator dann würde ich auch feststellen dass der keinen also keine nachweisbaren lokaloszillator hat denn dieser chip nutzt eine sehr niedrige zf der nutzt hier nicht 10.700 kilohertz oder 10,7 megahertz sondern er nutzt ich glaube es waren 70 oder 80 kilohertz also 0,08 megahertz und da könnt ihr natürlich nicht stören wenn ihr auf 10,7 sendet jetzt habe ich hier noch runter geschieben am 455 kilohertz das ist halt so wenn ihr mittelwelle hört wenn ihr jetzt hier einen weltempfänger habt ja einen tollen weltempfänger und ihr schaltet hier unten auf mw lw oder kw auf einen dieser bereiche dann wird der radio das intern für sich immer auf 455 kilohertz umwandeln dafür gibt es ja auch das sage ich euch später nochmal diese schönen filterchen hier so der radio ist also der transistor her der radio ist also genauso aufgebaut für mittelwelle er hat auch den lokaloszillator er hat den eingangsverstärker und er hat den mixer oder mischer und dann kommen aber nicht 10,7 megahertz aus sondern mittelwelle langwelle kurzwelle kommen 455 kilohertz aus das heißt wenn wir auf 455 kilohertz unser eigenes signal senden müssten wir doch auch alle andere stationen überlagern und nur das was wir hören wollen unser programm oder was auch immer wir da rein machen wollen wir können auch jemanden ärgern und einen pfeifton rein machen das auch wie auch immer das was hier auf 455 kilohertz empfangen wird unser radio hören egal was wir einstellen dazu muss ich auch sagen dass diese radios schon wieder eine ausnahme sind denn sie haben ja den tda 7000 oder was vergleichbares drin aber sie haben auf mittelwelle auch keinen wirklichen super hat das nennt man nämlich super hat hier überlagerungsempfänger die haben auf mittelwelle einen sogenannten geradeaus empfänger chips dafür sind der mk 484 der z n 414 oder der ta 7642 war es glaube ich ta 7642 ist glaube ich der aktuellste chip der nachfolge vom z n 414 der ta 7642 und mit diesem chip kann man diese tricks nicht machen denn er hat keine 455 kilohertz zf wahrscheinlich wenn ihr einen starken sender habt werdet ihr den da hören weil dieser empfänger einfach alles mögliche was super starkes quasi empfängt und einfach wieder gibt und dann könnt ihr über das ganze band drehen und werdet überall das hören aber aufgrund dieses tricks wird es nicht funktionieren es geht mit dem radio der hat 455 kilohertz es geht mit dem dem und dem cd player radio aber es wird nicht mit so einem radio gehen und wahrscheinlich auch nicht mit einem dsp radio gut dann führe ich euch das einfach mal vor ich habe einen sender gebaut für 10,7 megahertz was passiert wenn ich auf 10,7 megahertz sende bis gleich so jetzt habe ich hier läuft der walkman und hier ist der sender hier ist der sender und der radio und jetzt habe ich folgendes aufgebaut ich habe einen 10,7 megahertz sender und 455 kilohertz sender und hier läuft der walkman entschuldigung für die schnitte das ist wieder meine krankheit meine gedanken ich muss es leider so oft machen bis es passt wie auch immer ich habe jetzt das aufgebaut der sender hat 2b 599 drin und schmeißt so 30 milliwatts schätze ich mal ich habe ganz schnell irgendwas zusammengebaut mit pifilter habe ich aber folgenden effekt ich habe hier meine antenne diesen 50 cm langen draht der hat den radio nicht berührt da ist eine distanz hier dazwischen und der macht aber um sich rum ein sehr starkes e-feld ja das macht hier ein starkes e-feld das brauchen wir um eben in diesen radio rein zu senden das ist jetzt vergleichbar was ich hier simulieren will ist wenn jemand eine 5 6 watt starke sende schaltung hat eine große super angepasste antenne und wir sind im nahen bereich das heißt im selben haus denn euch muss eins klar sein wenn ihr diese radios überlagern wollt und da rein senden wollt braucht ihr enorm viel sende leistung selbst wenn ihr 100 watt sende leistung habt dann wird ihr wahrscheinlich nach 100 oder 200 metern den radio wahrscheinlich schon nicht mehr gescheit stören können wenn ihr möchtet aber das führe ich euch jetzt vor gut also ich habe jetzt mein radio schalte mal ein wir haben wieder das news station und schalte ich mal den 10,7 megahertz sender ein kaum ist mein sender an ist der sender weg der andere ist überlagert jetzt versuche ich mal einen anderen sender einzustellen es ist egal was ich einstelle ich höre überall nur meinen sender weil ich ja direkt ich ignoriere den tuner ich ignoriere den tunerteil und sende direkt in die für den radio wichtige frequenzwang es ist egal was ich hier einstelle ich werde immer meine eigene station hören aber jetzt schauen wir uns mal die reichweite an ja wie weit geht denn das 20 cm ich habe 30 milliwatt und habe eine reichweite von 20 cm nehme ich mal ein anderes radio den habe ich jetzt ein bisschen schlecht vorbereitet muss noch kurz was anstecken jetzt ist er aus ok ja also mit diesem radio hätte es normalerweise auch funktioniert nur bei dem wäre es so gewesen dass die news station ich könnte es direkt hin halten und es würde nicht stören und wenn ich eine leere frequenz anstelle wo kein anderer sender ist hört man wieder die musik ich habe nämlich das video schon ungefähr sieben mal oder so gemacht gut hier ist jetzt der radio der sich nicht manipulieren lässt auch heute sind zehntausende in der hauptstadt tirana auf die straße gegangen dabei kam es zu auseinander also ihr seht schon es ist mit diesen zf es hängt nur von der zf ab und der gerade den ich gerade gezeigt habe hat eine andere zf frequenz wie der radio oder eben der walkman ich habe es mit dem auch getestet das geht oder der radio die meisten radios die im umlauf sind sind ältere radios in anführungszeichen ich nie noch nach diesem alten superprinzip ohne dsp arbeiten theoretisch könnt ihr die meisten radios zum beispiel auch mein cd player radio mit diesem trick überlagern und euer eigenes programm oder eigene durchsage oder was auch immer ihr da machen wollt reinbringen aber wie gesagt ich habe hier locker 30 mw sender leistung der oscilator dürfte schon im 5 bis 10 mw bereich dahinter habe ich noch eine schöne endstufe gut die spulen die sind jetzt nicht ganz passend da habe ich genommen was ich in der bastkiste hatte aber das war es jetzt mal zu dem also ihr seht schon prinzipiell funktioniert das prinzipiell kann ich eine ukw übertragung nicht die ukw übertragung selber aber für den radio die übertragung überlagern und auf jedem kanal den ich einstellen mein eigenes signal drauf haben aber die reichweite ist trotz relativ hoher sende leistung also wenn ich jetzt zum beispiel mit meinem empfänger hier im zimmer rumgehe ich kann den mal einmachen ihr seht schon 10,7 haben wir unser signal und ich kann im zimmer rumgehen und ich habe ein sehr starkes signal überall also ich habe einen sehr hohen pegel auf 10,7 und trotzdem kann ich es nur über kurze distanz überlagern wie schaut es jetzt mit 455 kHz also mittelwelle kurzwelle langwelle aus komme ich gleich dazu ich muss nur kurz anstecken und ich pausiere das video dabei wieder so jetzt habe ich das ganze aufgebaut und jetzt stecke ich mal die 455 kHz sende an ich habe hier meinen empfänger schon auf 455 eingestellt hören wir mal kurz rein müssen wir gucken welcher pin es ist minus so also ihr seht schon 455 kHz czf mache ich mal den empfänger aus und jetzt habe ich hier den starken kurzwelle sender eingestellt ich glaube es ist türkisch ich weiß es nicht irgendwo bei 15 megahertz so jetzt mache ich mal den sender an von mir aha es pfeift jetzt drehe ich mal auf eine freie frequenz auf eine unbenutzte frequenz also ihr seht auch hier egal was ich einstelle mein sender kommt immer durch aber sobald ein starker externer sender kommt sobald ein externer sender kommt dann geht der nicht mehr her der andere so jetzt schauen wir mal wie weit das geht ja so ungefähr 30 cm und ich denke ich habe hier so 50 bis 100 milliwatt ausgangsleistung das ist nur ganz schnell zusammengeschustert und hier ist übrigens so ein 455 kHz filter also der filter hat einen eingang 455 kHz lässt er durch und andere frequenzen später da gibt es noch eine sogenannte filterbandbreite aber das wird zu ausführlich ihr seht schon es geht ich kann jetzt mal hier auf langwelle schalten von den störungen abgesehen heute ist durch oder hier kurzwelle verschiedene bereiche es ist egal welchen bereich ich mache ich höre überall die station weil ich auf 455 sende ich mache quasi den tuner weg den ersten teilen mache ich weg und sende nur auf die zf gut das war es zum auf die zf senden video ich hoffe es hat einigermaßen Informationen gebracht und geholfen ihr seht schon es geht theoretisch ihr braucht aber enorm viel sendeleistung um da wirklich was zu bewirken und das würde ich sagen war es erstmal von dem video ich hoffe es hat euch einigermaßen gefallen ich wünsche euch noch einen schönen tag und alles gute beste grüße stefan dann 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 dann